Rentnern sollen die Renten gekürzt werden. Wirtschaftsweise Schnitzer fordert Kürzung hoher Renten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ein ganz großer Aufreger, ein Interview der Süddeutschen Zeitung mit der Wirtschaftsweisen Schnitzer. Sie ist Professorin an der LMU in München und die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer fordert angesichts des demografischen Wandels in Deutschland eine Kürzung, muss man sich mal anhören, hoher Renten. Wir sollten besonders hohe Renten künftig abschmelzen, sagte Schnitzer der Süddeutschen Zeitung. Wer üppige Rentenansprüche erarbeitet hat, bekäme dann etwas weniger, sagte Schnitzer. Es seien deutlich weitergehende Schritte als bisher geplant nötig, um das Rentensystem zu sichern. Also Frau Schnitzer sagt hier etwas ganz Interessantes. Wer üppige Rentenansprüche erarbeitet hat. Und gleichzeitig sollen daneben auch noch die Rentenbeiträge steigen. Das im Übrigen eine Forderung ist, die wir auch schon seit Jahren stellen, dass Rentenbeiträge möglicherweise steigen sollten. Aber der Anteil der Rentenbeiträge, den die Arbeitgeber dann zahlen, etwas höher ist als die Arbeitnehmer. Also nach dem Modell in Österreich. Liebe Frau Schnitzer, Sie haben ja selber in dem einen Satz schon gesagt. Die Leute, die was erarbeitet haben, Sie sagen uns selbstverständlich nicht, ob gesetzliche Rentenansprüche, die auf eigenen Beitragszahlungen beruhen, erarbeitet haben, überhaupt gekürzt werden können. Das lassen Sie nämlich völlig offen. Verfassungsrechtlich ist das aus unserer Sicht nach Artikel 14 Grundgesetz gar nicht möglich. Es ist natürlich für Frau Schnitzer sehr einfach über die Rechte anderer zu reden, vor allen Dingen dann, wenn es sie selbst gar nicht betrifft. Frau Monika Schnitzer ist Professorin für komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, LMU. Nach bayerischem Hochschulrecht ist Frau Schnitzer mit ihrer Professur aller Voraussicht nach Beamtin auf Lebenszeit. Ich finde schon ein gewaltiger Skandal, was Sie hier abgelassen haben, Frau Schnitzer. Insoweit fällt die Forderung der Frau Schnitzer, gesetzliche hohe Renten zu kürzen, auf Sie natürlich persönlich nicht zurück. Sie bekommen ja eine Beamtenpension und das sicher nicht wenig. Wahrscheinlich sogar noch höher als Höchstrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung. Ich sage, Frau Schnitzer, lassen Sie sich doch bitte was Besseres einfallen, als über die gesetzliche Rente zu reden. Was wir leider von Frau Schnitzer nicht hören, ist ein Vorschlag, eine einheitliche Rentenversicherung für alle einzuführen, wo auch dann Beamte einzahlen und natürlich auch Selbstständige so wie ich. Die gesetzliche Rente wird von vielen dieser sogenannten Experten de facto totgeredet, weil sie immer nur aus der Brille der Wirtschaftlichkeit herausreden. Aber die gesetzliche Rentenversicherung hat ja auch noch eine andere Funktion. Klar ist, dass die gesetzliche Rentenversicherung für uns alle nicht billig ist, aber sie erfüllt den Zweck einer Daseinsvorsorge. Und diese Daseinsvorsorge bestimmt über das Schicksal, das finanzielle Schicksal vieler Millionen Menschen hier in Deutschland. Und deshalb halte ich diesen Vorschlag von der Frau Schnitzer ehrlich gesagt für einen Skandal und auch eine Frechheit. Daher können wir nur sagen, Frau Schnitzer, Ihr Vorschlag ist ein Schlag in das Gesicht für viele Menschen in Deutschland, die fleißig arbeiten und die sich mit fleißiger Arbeit eine gute Rente auch erarbeitet haben. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Reden Sie doch bitte mal über Ihre Pension und dann, wenn Sie Ihre Pension selber kürzen, können Sie gerne auch über die Ansprüche anderer Menschen reden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine Renteinberater Peter Knöppel.